hier wollen wir noch nicht das Haus ist noch ganz jungfräulich ich nehme die linke Seite gewohnt ihr keiner in der Stadt wer stellt sein fernseh falsch rum also das Bild ist Richtung Wand damit er vielleicht eine bessere Auflösung hat naja wenn man hingeht weißt du und sagt Marcel du musst die Auflösung umstellen ganzen umdrehen aber wehe du sagst irgendwas über Frauen das weißt du sofort ganz wieder Papa eigentlich gehört er das gerade gar nicht ähm er hört es schon also die Waschmaschinen sehen geil aus hier fallen mir voll nice oh das schon mit ähm dann kann man mal hier rein morgens halb zehn in Deutschland ich finde das ist irgendwie so wie Zeitungsaustrahl ne wie so bei Miss Credit nix nix ist im Haus die Zeit ist genauso gleich wie bei uns hier ok wir sehen heute keine Frage nehmen sie hier ähm ähm welchen Haus bist du gerade äh links drüben hier wo ich raus steigen ah ok dann bist du so hier ist ein Baseball Schläger braucht ihr da noch jemand einen Baseball Schläger nicht du dann nehme ich mit ich habe nämlich gar nix und trinken brauche ich dann auch haben wir genug da ähm jemmy hast du eine Folge gesehen von mir pinkeln wie bei jimmy ähm nein da haben wir gerade darüber geredet oh 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 ich liebe es ich liebe es oh schick oh je oh je oh je bei mir nein oh oh ach so ich dachte bei mir ist gerade voll viel Essen da wenn du Platz brauchst ich habe einen großen Rucksack gefunden den habe ich auch jetzt auf ich konnte es essen mit dem Geizhals oh 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 diesen Apfel lasse ich liegen ja normalerweise macht da momentan noch nix was aus ja trotzdem dass ich nix ok schöne essen ja aber diesmal kann ich es nicht mehr nehmen bin voll was augenklappe braucht kein mensch oh voll gegen die Müllteile gelaufen also leer nope na kann man es lesen oh alkohol ne ich will nicht diesen was auf da drauf steht ok der ist der Tankstelle bei Sultan ja super dann könnt ihr wenn ihr drinne seid ähm also nicht zur Tankstelle rein sondern an der Tankstelle seid rechts runter Richtung Kirche da sind wir ja wir beichten gerade unser Sünden da vorne ist ein Zombie das ist der Pastor der tut euch nix der ist ganz lieb uuuhn uuuuuhhh uuuuhh und friedelt so viel Sachen naja dann warte ich mal bei der Kirche Nein, der ist vorne. Der Kreuzer. Wolle, ich geh mal in die Küche rein, weiss ich was da ist. Da wo er reinlauft, ich will ja auch reinlaufen. Ähm. Oh, nice. Mach voll überall Fotos hier von den Bildern. Nix, gut. Ich bin voll hier so ein Fotograf geworden, ey. Ich will wieder Fotoschieße. Brauchst du zu mir? Jo. Wann willst du mir an? Hm? Ich verkaufe nix. So, hier oben ist leer. Ne, nix. Ich lasse zum Trinken, oder? Geil! Alter. Man schaut trinken, oder? Ich hab' selber. Was? Was? Weiß immer bei dir ist heute alles rot, oder? Die Schuhe noch nicht. Die Schuhe noch nicht. Die Schuhe, die Hand, schuldig mit... Ja, ich hab' schon mal. Ich hab' schon... Hose, Pullover und... Ich hab' mir ja auch noch was finden, was rotes. Ah ja, die Pupelbremse ist ja auch rot, ne? Nice! ich brauche was rotes jungs so wir sind bei der kirche wir haben vier ständige dinge und mikrowelle im auto hast du aber essen Das ist ein Teil. Was zu essen? Boah. Hm. um und die Grafik haben sie noch nicht gemacht im Bus wird es jemals passieren so ich warte auf den Bus warte ich würde machen und ich komm zu den Jungen naja wenn man sich schon hinsetzen kann jetzt und wie macht man das? ich glaub also du musst die Tasche mit der Lampe weglegen also komplett nichts in der Hand haben und dann Koma glaube ich drücken war das nice Wollte ich kann ringsherum gucken achso ich dreh mich ja das ist für mich wo sitzt du? ich sitze ja neben dir also so auf der anderen Seite ja tada ja bei mir stehst du immer noch ok was mach ich hier man kann dem Sitzen schlagen? ja alter das ist so der Hitze haha voll die Randale hier alles kaputt schlagen alles kaputt schlagen ja und wo bleiben die? anderen? wir sind doch schon da wir sind grad im Einkaufslagen ach da hin? der Bus hat ja der warte mal hier ja warte mal alter wenn jetzt Spieler kommen ne? Taxi so und sowas und sie denken auch so hä? ich glaub die sehen uns gar nicht dann hm wer weiß wenn die Arbeiten kommen können sie auch nicht zu uns setzen hier ach guck mal hier kann nichts anführen ich mh ok sieh zwar komisch aus im Sitzen sich zu drehen aber ja ja ne da ist ja immer toll mal was hin bei der Barast da ist ja vorn kreisi 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 ah mit alt Kannst du links rechts gucken. Ja. Ja, da warten wir hier. Ja. Komm, wir sind kattenspiel. Ah, da kommen sie. Ich sehe noch nichts. Busch ist doch vor. In Richtung Gebüsch. Boah, da hinten. An der Bushaltestelle steht es jetzt mal. Mahlzeit. Wir warten immer noch auf den Bus. Cool. Nice. Anja, du kriegst einen Schläger von mir. Ich schmeiße ein paar Sachen raus. Vielleicht könnt ihr euch bedienen. Zum Beispiel Handschuhe. Oder eine Mütze. Habe ich ja schon eine auf. Das macht nichts. Sammy? Ja? Ich habe für dich was. Äh. Hinter dir. Hinter dir. Wir brauchen was zu essen. Hinter dir. Und hier letztendlich. Achtung, hier. Ich schwirren. Ich habe was besseres für dich. Hier bin ich. Hier bin ich. Bist du, du? Ja, hinter dir. Oh, das war's. Oh, du Scheiße. Achtung. Guck mal. Oh. Hast du mir deine erste Genutze gegeben? Ja, weil die ich nicht brauche. Ach so, ich habe übrigens noch was. Ähm. Brauche ich noch 23 Rounds? Habe ich doch schon. Ich habe auch 22 Rounds. Willkommen was zu trinken. Oder essen. Das war ein Flair für uns. Auch hier, oder? 21 Rounds. Nö. 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 Ich habe nur die Monizona für euch. Hm, braucht ihr irgendwas? Essen, trinken? Nein. Super. Habt ihr noch irgendwas Rotes zum Anziehen? Pfff. Mir fehlen noch drei Sachen. Mütze, Handschuhe und Schuhe. In Rot. Und einen roten Rucksack. Dann schmeißen sie den großen Rommi. Warte, welche Farbe habe ich? Ich habe Grün. Ja, ja. Das geht gar nicht. Das fällt mir ja sofort auf. Pfff. 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 Pff. Wir haben es aber auch neu hier. Pfff. 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 Ja, ne? Pfff. Du müsst vor allem, wenn ihr in die Wohnung geht, müsst ihr gucken. Da sind neue Bilder und sowas drin. immer ich habe auch gelesen durchs neue update kamen jetzt diesel kadester von weiteren entfernen uns besser sehen was bringt man keine ahnung aber blaue sneakers das geht gar nicht rote verdammt das ist ein halberstum das ist Ich weiß nicht, wie du das hast. Du hast irgendwas riesiges drin. Warum was? Warum ist was? Alter, ist das ruhig hier? Wir suchen uns jetzt im Versteck und dann machen wir ein andermal weiter, weil ich bin hundemüde. Mhm. Die Kraft war hier ein. Ja, dann hast du wieder zwei Stunden irgendwie rauszögern müssen auf irgendwas. Aber wo Versteckung haben sie? Ja, was hier? So kann man sich am besten verstecken. Ja, ihr könnt ja dann gucken, was ja damit Marcel macht, ne? Ja. Du bist nicht so am Schügel weg. So schnell mal. So ist es aber in den Rechenland. Okay, ja, ich bleib hier. Ja. Haben sie was? Mal stecken? Ja, ich hab. Ja. Dann war's das für heute. Mit der Aufnahme. Dann einen schönen Abend noch. Und bis zum nächsten Mal wieder, ne? Ja, ja. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ciao.